Falträder erfreuen sich stark steigender Beliebtheit. Schnelle und einfache Verfügbarkeit, unkomplizierter Transport und sichere Verwahrung sind heutzutage hoch im Kurs. Dass gute Modelle dann auch noch richtig Fahrspaß bereiten, ist ein weiteres Argument. Ein Klassiker am Faltradsektor ist die Traditionsmarke Brompton aus England. Ein ausgereifter Faltmechanismus ermöglicht flottes, unkompliziertes Falten. Übrig bleibt ein nahezu unschlagbar kleines Stück Fahrrad. Ideal für Wohnungen, Kofferräume oder Bahn- und Flugreisen. Die Vorteile der Falträder sind ganz klar, dass ich sie überall hin mitnehmen kann und dass sie schnell und leicht zu transportieren sind. Das Brompton-Faltrad im Besonderen ist unter 10 Sekunden zu falten und es fährt sich wie ein ganz normales, großes Rad. Viele Kunden zum Beispiel nehmen es tagsüber mit ins Büro und müssen nicht mal befürchten, dass das Rad gestohlen wird, weil ich es praktisch immer mitnehmen kann. Mit pfiffigen Zubehörlösungen wird das Faltradfahren bei Brompton noch attraktiver. Etwa mit der Taschenhalterung an der Front, wo verschiedenste Taschen schnell angebracht und wieder abgenommen werden können. Ein besonderer Clou ist das wind- und wasserfeste Business-Sakko. Mit diesem Brompton-Accessoire ist man 30 Minuten lang regenresistent und bei Terminen adrett gekleidet. Weitere raffinierte Details, speziell fürs Fahrradfahren, machen diese Jacke extrem praktisch und sicher. Und für einen geschützten Transport des gefalteten Brompton ist natürlich auch eine entsprechende Tasche verfügbar. Qualität hat ihren Preis, sowohl Bike als auch Zubehör gehören der mittleren bis oberen Preisklasse an. Für ein dauerhaftes, seriöses und namhaftes Faltrad ab ungefähr 1000 Euro. Es gibt natürlich günstigere Falträder bei Discountern, bei Tankstellen, bei was auch immer, aber da verhält es sich wie mit vielen anderen dieser günstigen Sachen. Auf lange Sicht sind sie dann teurer. Brompton-Falträder sind in zahlreichen Farb- und Ausstattungsvarianten erhältlich. Ein neuer Online-Konfigurator hilft, das passende Modell zusammenzustellen. Der Name Brompton rührt übrigens von der dem Londoner Firmensitz nahegelegenen Kirche her. Wer gut schmiert, fährt gut. Wie aufwendig ist ein Brompton-Faltrad zu warten? Bei der Wartung und beim Service ist das Allerwichtigste darauf zu achten, dass immer wirklich viel Luft in den Reifen ist. Das unterscheidet das Rad von einem normalen Fahrrad. Das reagiert sehr empfindlich darauf, wenn es mit zu wenig Luft gefahren wird, weil es eben kleinere Räder hat. Ansonsten ist das Rad weitestgehend wartungsarm. Am Faltmechanismus brauche ich überhaupt gar nichts tun, der ist problemlos. Und gelegentlich Kette ölen wie bei jedem anderen Fahrrad. Damit hat sich das eigentlich schon erledigt. Derart gerüstet können den flotten Faltradler nur noch rote Ampeln stoppen. Wir reden nicht. Vielen Dank.